also wir haben einen arsch voll von diesen dingern hier ich weiß nicht wie viele in einer box drin sind die sind schon sehr groß die sind so etb-like ghost from the past der hier kann da drin sein der alternative weißt du drauf ich glaube das sind alle die drücke drin sein können in ghostware dunkler magia keine ahnung das sind die black luster soldier 1 black luster soldier zwei dunkler magia 3 gut hier als einer ziel war weiß hat blauiger weißer drache muss der letzte besser letzte 10 0 4 besser fünfte beste fünfte du ich hab bock alter ich hab bock junge einfach judo karten wieder ziehen nach einem halben jahr habt ihr bock chat groß zu ziehen ich weiß leider nicht wie die pull rate ist von den ghostware ich habe keine ahnung ich weiß nicht was wir wetten nicht machen soll so soll das das ein hat guck mal guck mal so müsste das dann auch im laden stehen da sind drei booster nur drin guck mal so ein ding 10 euro 10 aber mittlerweile 20 15 bis 20 so ein ding hier 15 bis 20 euro drei booster ich habe keine ahnung karten trägt man die erste karte schaut eigentlich mal an so wir müssen das erste booster auf gut glück umdrehen gleich ist die holo ganz vorne das weiß ich gar nicht die holos ganz vorne masken wechselt zwei ok wir müssen einen kartentrick machen nein muss man nicht was das sind alles holos ok die sind dann mäßig wie dings aufgebaut das sind alles holos ok die sind alle alter muss ich dir dann alles lieben scheiße habe ich genug liebster warum sind die sachen und sind diese acht so geil also was ist nicht von trichula die kenne ich noch von den letzten weil so dass der der ist aber dieses andere die ganze sind alter der sieht auch echt was man wer kennt gigantes noch chat denkt hat auch jeder der irgendwie mal jubi irgendwas von jubi gesehen hat nebel klinge der phantom kritzer wie so skalette aber besser lang die für die 50 bis dein herz erste pendelung beschissen deswegen würde ich also habe ich überhaupt gar kein ferner was aber sieht cool aus genauso wie bei der chaos imperator drache gibt es auch als pendel muss die einzige pendelung karte die überhaupt geil aussieht von allen ist der lichter himmelstrache overlord von heliopolis wie wärs mit dem längeren titel du arsch priesterlicher himmelstrache overlords von heliopolis auf bild besser ist das und es da los der mega monarch den monarchen drin sein ich liebe monarchen das sind meine besten freunde beliebt ihr glaubt ihr oder euer auge wie fast bless oder auge wie fast bless oder auge was denkt ihr kommt heute noch eine große ja oder nein oh mein gott oh mein gott bitte lass das ein zeichen sein seht ihr das dies gewölbt oh mein gott dies gewölbt dies gewölbt das ist ein zeichen sein bitte 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 warum ist sie so gewölbt warum ist sie so gewölbt sind die anderen ausgewerbte gewesen ich weiß es nicht Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Die ist saugewölbt, Chat. Die ist saugewölbt. Bitte, bitte, bitte. Lass es kein Produktionsfeder sein. Lass es einfach die Ghostfire sein. Die allererste. Die ist so gewölbt. Oh Gott. Oh Gott, Chat. Oh Gott, Chat. Oh Gott, Chat. Oh mein Gott. Let's go. Die erste Ghostfire. Guckt euch das an. Man sieht nichts. Die erste Ghostfire. Let's go. Guckt euch das an. Wie wunderschön. Oh no, wie schön. Man sieht nichts. Und wenn man so hält, sieht man was. Oh Ghostfire ist so schön. Es ist der Black Luster. Es ist einer der Besseren. Let's fucking go. Holy shit. Die war gewölbt. Ich hab's gesehen. Die war ganz leicht gewölbt. Meine allererste Ghostfire. Schwarz glänzender Soldat. Soldat des Chaos. Oh, ist die schön, Alter. No way. Sagt's mir doch. Hab ich euch zu viel versprochen mit Ghostfire? Hab ich? Hab ich? Hab ich euch zu viel versprochen? Hab ich euch? Seid ehrlich. Hab ich euch zu viel versprochen mit? Das sieht saugeil aus, weil man einfach nichts sieht. Ghostfire, wie sie euch... Spiegel-Chat. Einfach Spiegel. Guckt rein, ihr könnt eure Zukunft dann sehen. Huh. Let's go. Dann auch noch der Black Luster. Let's go. Schwarz glänzende Soldat. Soldat des Chaos. Klar, dunkler Magier oder Dings werden auch nochmal heftiger. Aber ich glaube sogar, er sieht besser aus als der... Also die Karte ansieht sieht schöner aus als der blauäugige weiße Alternativdrache. Weil der Alternativ hat halt... Ist halt eine braune Karte, ne? Also so eine Effektkarte. Und mit Ghost. Sieht auch cool aus, aber in blau. Eine blaue Ghostfire sieht ultra geil aus. Aber ich denke trotzdem, der dunkle Magier wird am besten aussehen, weil es eine normale Karte ist. Normale Karten mit Ghostfire ist nochmal dieser ganz andere Effekt. Hab ich zwei. War noch zwei, oder? Das war dieser Gerfried, ähm... Nein! Die ist auch gewöhnt! Bitte! Ja! Ah! Wer ist das? Lass es auf! Nein! 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 Ich hab gern einen Saut. Schatz! Jetzt aber! Oh! Oh! Nein! Nein! Labe nicht! Labe nicht! Du kriegst die Pokémon. Oh! Da ist der Alternativdrache! Let's go! wie kann das sein wie kann das sein oh f*** 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 ich glaube hier alternativer weißer drache wir haben ihn, wir haben einen anderen genau in der mitte aber die erkennt man sind so leicht hier kann man durch auf der kamera nicht ja jetzt sieht man sie jetzt sieht man sie seht ihr die kratzer minimal wow ist der schön darf der so schön sein wer erlaubt ihm das hat hier doof ich muss den glaube ich nochmal rausholen leider ich finde das sieht irgendwie weird aus mit der jubio hülle oder die ist so eng die drückt den gefühlt ein alter wir machen weiter chat also ihr kann jetzt keiner drin sein ich glaube zwei waren in beiden displays ich habe ja zwei displays sozusagen hier gemischt und in beiden displays war einfach eine drin jetzt kann hier keine mehr drin sein das ist voll der spoiler wenn die gewölbt ist die letzte karte so minimal dann weiß man, dass das dass das eine der dings ist da kann man die so skippen, weil man eh weiß ich kann es halt leider auch nicht verhindern ich kann euch den spoiler nicht nehmen sobald ich in der hand habe, weiß ich, ob da eine ghost red drin ist oder nicht ich weiß es instant aber die sind ja so nach innen gewölbt ganz leicht aber wenn es eine ghost race ist, ist die nach außen gewölbt die ist dann so die karte statt so versteht ihr? ja, dass sie so ist, ist sie ein bisschen so und daher kann man installieren, ob eine ghost ram im pack ist jetzt habe ich die zweitliebste karte, die ich wollte die drittliebste karte, die ich wollte noch die liebste karte den dunklen magier, den brauchen wir noch ja, es ist leider jetzt schon sehr spoiler deswegen kann man aber das kann ich nicht verändern wenn sie kommt, kann ich euch nicht verheimlichen ich kann da nicht cool bleiben ich merke, wie es gewölbt, Digga ich kann es ja nicht verhindern ich kann sie ja nicht anders in die hand nehmen, oder? dann müssen wir die wohl skippen, Alter oh mein Gott, ist das geil oder was sagt es mir doch? guck mal, man sieht einfach nichts ich finde das so geil aus meiner, so wie ich jetzt hier sitze kann ich beide Karten perfekt erkennen aber ihr von da oben erkennt gar nichts das ist so geil einfach ich liebe Ghostwares holy shit wenn man die so hält von unten, seht ihr einfach no way oh, ist die schön Ghostwares sind so beauties ah ja, die geben sich schon echt mit mir das ist schon ganz geil bei Yu-Gi-Oh Reparieren Antriebsstadt Aster Drache Zeit die Zurückdrehung und weil Salamander letztes Booster Chat und den hätte ich am allerliebsten eigentlich gehabt aber darüber haben sie echt überhaupt nicht beschwert Last Pack Ich lässt es sich auch irgendwie gar nicht öffnen Das ist ein Mojo Schrecken Krishula und das war's egal das war's das war's ey in zwei Cases zieht man in der Regel in zwei Cases eine Ghostware ich habe in einer Case zwei Ghostwrest gezogen einfach gedribbelt das System und ich habe zwei der geileren gezogen ich habe hier die